Ein richtiger Promi-Big-Brother-Zuschauer schaut sich natürlich auch die Webshow an mit Cindy aus Marzahn und Bild-Reporter Ingo Wohlfeil. Wenigstens einmal sollte man in das Format reinschauen, um festzustellen, ist das scheiße oder ist das nicht scheiße. Letztes Jahr habe ich einmal reingeschaut, also bei der ersten Staffel, habe ich einmal in diese Webshow reingeschaut. Oder ich glaube zwei oder dreimal, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und es war wirklich grottenscheiße und langweilig, diese Giga-Typen da, oder wer das nochmal war, die waren wirklich Schnarchtüten und scheiße. Da fragt man sich, warum sowas überhaupt als Moderatoren arbeiten darf. Schrecklich. Dieses Jahr muss man sagen, ich war von Anfang an total begeistert. Natürlich muss man sagen, hey, okay, Cindy ist jetzt nicht mehr die Moderatorin der Hauptsendung, muss auch nicht unbedingt sein. Sie ist sozusagen so ein Gimmick mit drin, ist sozusagen mit Hauptfigur jetzt der Websendung. Und schon allein deswegen ist die Websendung wirklich sehenswert. Der andere Typ, also der Ingo, ich meine, man sollte den einfach von der Bild-Typ oder der komische Typ von der Bild sagen. Ich meine, den Namen wird sich sowieso keiner groß merken. Aber, obwohl er sozusagen solche Leute, ja, Bild, aber der ist wirklich sehr bissig, der ist auch wirklich gemein und so. Aber auch ein bisschen nett und auch ein bisschen lustig und so. Ich finde, der passt hervorragend zur Cindy. Ich meine, die Cindy an sich, braucht man nicht sagen, zum Todlachen. Also, so wie sie es jetzt ins Format gepackt haben, wirklich, dass wir sagen, die Gags sehr komprimiert und durchweg lustig und so. Ja, und man muss wirklich sagen, der Ingo, also der Bildmann, passt wirklich super zur Cindy. Gucke ich wirklich sehr gerne. Die Webshow finde ich super. Nur blöd ist halt, die Hauptshow ist vorbei und dann musst du schnell den PC anmachen und dann erstmal die Seite aufrufen. Und dann hast du die ersten zwei, drei Minuten schon verpasst. Also, man könnte doch wenigstens ein bisschen warten. Aber, okay. Was auch sehr gut ist an der Webshow, es wird noch ein bisschen ins Haus immer wieder, ja, geschalten. Lohnt sich also auf jeden Fall, das sich reinzuziehen. Also, Webshow ist wirklich super lustig, hochkarätig. Zwar ein bisschen kurz und so, aber wirklich Hammer. Also, gucke ich wirklich gerne. Das ist wirklich, äh, also, Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zur ersten Staffel von Promi Big Brother. Also, hier hat man wirklich alles richtig gemacht. Das könnte ein bisschen länger sein, vielleicht zehn Minuten länger und vielleicht nicht so direkt schnell nach der Hauptsendung. Weil man muss ja erstmal den PC anmachen. Und wenn man vielleicht noch der ADN oder andere XP drauf hat, das dauert. Ja, von daher, super, super, super Sendung. Finde ich wirklich gut, dass man sozusagen jeden Tag noch ein bisschen mehr von dem Promi Big Brother Format hat. Und, ja, bitte auch so in der dritten Staffel beibehalten. Danke.